Das Airplace Event 3.0 Hier auf den gommahd.net Servern Es haben insgesamt über 10.000 Spieler teilgenommen und in den 10 Tagen wurden über 5 Millionen Blöcke platziert Hier ein kleiner Recap Ich hab nur drauf gewartet, Digga Heilige Scheiße Heiliger Bimbab Bro, es ist so insane Das macht irgendwie amüsant Es ist der beste Tag meines Lebens Hier ist der 1 in der Chamber-Class Mir geht's schlecht Deutschland ist vollbracht Deutschland ist vollbracht Das war wirklich ein Aldon